Also in diesem Semester wird es eine spezielle Aufgabenübung geben, die Sie so vielleicht noch nicht kennen. Die erste Aufgabe auf jedem Blatt wird sein, erstellen Sie ein Skript der Vorlesung und laden Sie es hoch. Hier ist zum Beispiel so ein Skript, das mal erstellt wurde von Studierenden. Und es wird eben so sein, dass nicht ich das Skript mache, sondern Sie machen das Skript nach dem, was ich in der Vorlesung Ihnen erzähle. Und das Skript wird auch bewertet, und zwar nach Ernsthaftigkeit. Da haben Sie sich wirklich Gemühe gegeben, ein Skript zu machen. Aber es wird nicht geguckt, ob es richtig ist oder falsch. Also die richtig-falsch-Punkte, die gibt es hier nicht. Und diese Punkte, die Sie aufs Skript kriegen, die sind auch für die Klausurzulassung relevant. Das geht in die Ernsthaftigkeit der Bearbeitung Bildungsaufgaben ein. Also so wollen wir das dieses Semester mit dem Skript halten.